Ja, meine Freunde, das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt 2 zu 0 gegen die Franzosen im Freundschaftsspiel beim, ja, ich sag mal bei der Mission Neuanfang, bei der Mission, beziehungsweise was heißt bei der Mission, bei den letzten Schritten vor der Heim-EM nochmal ein richtiger Härtetest. Und da kann man sagen, ist heute absolut gelungen die Premiere, beziehungsweise das Comeback von Toni Kroos. Wir sprechen vor allen Dingen in diesem Video über die Aufstellung, über das Spiel und ja, noch ein paar weitere Punkte. Ihr könnt gerne schon mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Lasst dem Video gerne schon mal ein Däumchen da oben da, wenn ihr euch genauso freut wie ich über diesen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Gerne natürlich hier auch ein Abo dalassen und dann fangen wir doch erstmal an mit der Aufstellung und die sah wie folgt aus. Ich werde das Ganze jetzt mal einen Tick größer hier machen. Ich denke mal, das wird so ungefähr Pi mal Daumen ja passen. Ja, ich denke, das sieht man ganz gut. So, wir haben angefangen mit Testek im Tor, Viererkette, Kimmich, Rechtsverteidiger, Rüdiger Thar in Verteidigung. Das ist, glaube ich, auch so die Wunsch-Inverteidigung von den meisten, muss man sagen. Und links der Teidiger Mittelstädt, der wirklich das gut gemacht hat, am Ende mir nochmal kurz den richtigen Herzenfach gegeben hat, weil er fast ein Eigentor gemacht hat. Rüdiger, der hat das extrem gut noch gelöst gehabt, muss man auch so sagen. Am Ende waren dann doch nochmal ein, zwei Situationen da. Aber kommen wir gleich zu. Toni Kroos und Andrich, die Doppelsechs, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist so ein bisschen meine Wunsch-Doppelsechs in Bezug auf Spielstil. Wenn du einen Toni Kroos spielst, musst du daneben jemanden spielen, der den wirklich absichert, der eben dieses Körperliche mitbringt, der vielleicht auch nochmal ein, zwei Kilometer mehr um ihn rumläuft, auch in der Defensive, also die Konterbewegung mitläuft und im Idealfall so eine Art Zerstörer. Wenn du eben dann mit Toni Kroos einen absoluten Ballverteiler hast, einen Dreh- und Angelpunktspieler, immer wieder sich heute gezeigt, viele kleine, gute Bewegungen gehabt, hat mir richtig gut gefallen. Ja, und dann kommen wir zum Mittelfeld davor. Gündogan auf der Zehn, das ist die Position, die, sag ich, also ich glaube, safe geändert wird. Erkläre auch gleich, warum. Und Florian Wirtz und Musiala auf den Außen, Halbraum-Flügel-Position. Havert vorne drinne. So, da muss ich sagen, ich glaube, dass Gündogan wieder rausrotiert, wenn es dann Richtung EM geht. Wenn ein Sané jetzt am Ende nochmal in Hochform kommt, und davon gehe ich aus, glaube ich, dass Sané nach seiner Sperre in die Start-Eff zurückkehrt, Wirtz auf die Zehn geht und dann eben Gündogan ein Stück weit Opfer des Systems wird und rausgeht und Musiala dann eben auf der anderen Flügel-Position spielt. Also Musiala, Sané auf den Außen, Wirtz in der Mitte und dann vorne drinne bin ich gespannt, ob es Havertz bleibt. Ich persönlich finde Havertz immer noch deutlich besser, wenn er um einen Stürmer rumspielt. Ich weiß, dass er bei Arsenal auch als Zielspieler zuletzt agiert, also in letzter Zeit. Aber für mich, ich weiß nicht, ich finde Havertz beste Spieler und finde ihn auch immer am besten, wenn er um einen Stürmer rumspielt, wenn er so leicht dahinter spielt. Kann ja auch sein, wenn er sich ein bisschen fallen lässt und dann die Flügel gehen, aber ja, das ist vielleicht auch Geschmackssache, sage ich mal. Er hat es trotzdem heute gut gemacht, hat auch ein Tor gemacht. Florian Wirtz übrigens nach sieben Sekunden direkt ein Tor gemacht, nach Vorlage Toni Kroos. Ich glaube, der war sogar noch leicht abgefälscht. Traumtor Florian Wirtz, muss man wirklich sagen. Für mich übrigens auch Florian Wirtz, heute mit Abstand der, also für mich persönlich der beste Spieler, weil ich ihn einfach unfassbar gerne zuschaue beim Fußballspielen. Nach 70 Minuten über 10 Kilometer gelaufen, überall am Ball gewesen. Die Bälle super verteilt, auch beim 2-0-1. Boah, also das 1-0 selber gemacht, das 2-0 so einen genialen Ball gespielt. Wirklich, einen genialen Ball gespielt auf Musiala. Der geht dann gut am Tor vorbei, legt ihn rüber auf Havertz, der macht ihn rein. Brillant beim 1-0, nochmal kurz zur Beschreibung. Toni Kroos, ein super Ball, auch wirklich ein klasse Ball. Das war ein Spiel, das hast du gemerkt, direkt auf Florian Wirtz. Der abgeschlossen mit viel Platz. Ich glaube, wie gesagt, leicht abgefälscht zum 1-0 nach sieben Sekunden. Acht Sekunden, lass es von mir aus sein. Das war einfach ein super Einstand. Ja, mir hat die Truppe heute gut gefallen. In der ersten Halbzeit, muss man sagen, hatten wir zwischenzeitlich dann so nach den ersten 20, 25 Minuten, da lief alles so, wie wir es wollten. Wir hatten Frankreich eigentlich komplett unter der Kontrolle. Da ging eigentlich nicht viel bei den Franzosen. Dann haben die sich aber besser gefangen. Da muss man sagen, kamen die wirklich besser ins Spiel. Dann gab es auch einige Torgelegenheiten. Frankreich hat aber keine davon genutzt. Auch Mbappé mit so einem Halblupfer da. Testegen richtig gut reagiert. Die Hand hochgehoben, top. Es war richtig, richtig stark auch von Testegen. Dass man auch gesehen hat, dass es auf ihnen auch Verlass ist. Mir hat auch Thar und Rüdiger in der Kombination sehr, sehr gut gefallen. Kann mir sehr gut vorstellen, dass die weiterhin auch in der Innenverteidigung zusammenspielen werden. Ja, und dann kam die Halbzeit. Und da war so für mich so, okay, 1-0 frühe Führung. Dann viel aber auch zugelassen im Laufe des Spiels. Nicht, dass das noch kippt. Und in der zweiten Halbzeit, ich glaube, da haben auch die Deutschen in der Kabine gesagt, nee, das lassen wir auf keinen Fall zu, dass das so wird, dass dann in der zweiten Halbzeit irgendwie hier noch was zugelassen wird. Ey, das war so gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Man hat eigentlich bis 85 Spielminute, Pi mal Daum, zwei Schüsse insgesamt von Frankreich zugelassen. Zwar einmal Dembélé und einmal, ich glaube, so ein Stück weit aus Distanz. Also relativ ungefährlich. Du hast eigentlich, ich glaube, ja, zwei Szenen gehabt bis zur 85. Wie gesagt, in der Schlussphase gab es dann nochmal ein, zwei Situationen. Aber da waren dann auch die Wechselrotationen und so weiter. Das nehme ich hier tatsächlich so ein Stück weit sogar raus. Klar musst du konzentriert am Ende bleiben. Aber da hat die Ruhe auch nochmal Gas gegeben. Das war, ja, das kann man abhacken. Aber davor, ey, man hat Frankreich komplett im Griff gehabt. Eigentlich so gut wie gar keinen Fehler zugelassen. Den Ball prima laufen lassen durch die eigenen Reihen. Man hat auch gefährliche Situationen oder Bremssituationen gut gelöst. Immer war jemand anspielbar. Mittelstädt auch sehr hoch gelaufen. Hat dann auch nochmal eine große Chance gehabt auf der linken Seite. Das ist eigentlich das, was wir sehen wollen. Und das entfacht eben jetzt auch so ein Stück weit Euphorie. Genau so Spiele brauchen wir jetzt. Und sowas müssen wir jetzt nachlegen gegen die Niederlande. Man darf jetzt nicht ein Spiel geilen, nächstes Spiel jetzt wieder scheißen. Sondern in den Niederlande musst du da sein. Da musst du Vollgas geben. Da musst du zeigen, dass eben genau jetzt, genau jetzt dieses, ich sag jetzt mal, heiß machen auf die EM beginnt. Dass jetzt eben auch die Chance da ist. Und auf kam übrigens am Ende auch nochmal rein. Anton auch. Anton kam übrigens auf der Sechs rein. Hat mir auch gut gefallen. Oder fand ich auch eine interessante Lösung. Weil man stelle sich mal vor, André, ich wäre verletzt. Vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit, dann Anton auf der Sechs nehmen, groß zu spielen. Also vielleicht auch das so als Brecher sozusagen. Kann ja sein, weiß ich nicht. Aber so als Idee. Ja, Undorf kam rein. Da, das ist so für mich der Spieler, wo ich sage, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der gegen die Niederlande vielleicht auch eine Chance bekommt im Sturm. Man hat dann am Ende so mit Völkow eine Art Doppelspitze gebildet. Aber Undorf in dieser Formation vorne drinne, Sané links, Würz auf den Zehen. Das ist schon so nahezu Traumformation für mich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Und vor allen Dingen auch, was Deutschland jetzt eben aus diesem Spiel mitnehmen kann. Und dann gehen die Niederlande wirklich nachzusetzen am Dienstag. Das Stream ich mit Felicia auch zusammen. Wir gucken uns das Spiel gemeinsam an im Watch-Along. Ich habe es heute leider nicht geschafft, aber wollte für euch wenigstens dieses Video aufnehmen. Genau, dass hier wenigstens dieses Video kommt. Und am Dienstag sind wir dann live zusammen, wie gesagt, Felicia und ich, und werden uns das Spiel gegen die Niederlande anschauen. Und hoffentlich kann Deutschland dann eben nachlegen und zeigen, was wir drauf haben. Ich bin sehr gespannt, wer dann alles eine Chance bekommen wird. Reingekommen auch nochmal für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, sind Niklas Völkow, Chris Führig, Thomas Müller, Waldemar Anton und Dennis Undorf. Auch nicht schlecht, dass drei Stuttgarter eingewesselt worden sind. Und ja, Glückwunsch auf jeden Fall an die Jungs. Glückwunsch für dieses wahnsinnig geile Spiel. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf Dienstag und hoffe wirklich sehr, dass wir diese Motivationswelle mitnehmen können. Und eine Sache sei noch gesagt, es tut uns richtig gut, dass wir mit Stuttgart und Leverkusen Mannschaften haben, die da oben so aufspielen. Und ich hoffe, dass die beide auch eben einen tollen Saisonabschluss haben, damit wir diese Jungs diese Motivation, diesen Ehrgeiz einfach mit reinnehmen können, in die Nationalmannschaft, um dann eben auch, was zu holen. Ja, ich glaube, das ist einfach so etwas extrem wichtig und tut einfach extrem gut. Jetzt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, lasst gerne nochmal ein Däumschlag oben da, lasst gerne ein Abo da. Und dann bin ich raus. Euer Rui Nico hier bei KNIFE. Und ciao.